Hast du schon einmal Blutregen erlebt? Bei dem Wetterphänomen leuchtet der Himmel graubräunlich und es sieht so aus, als ob Blut vom Himmel fällt. Auslöser sind starke Stürme in der Sahara, die tonnenweise Sand aufwirbeln. Sie transportieren ihn bis in die Atmosphäre. Die winzigen Sandpartikel verbinden sich mit dem Wasserdampf in den Wolken und wenn es regnet, ist der Niederschlag rötlich gefärbt. Gesundheitsschädlich ist das übrigens nicht.